Nein, ist so. Ich bin Sozialarbeiterin, da ist jeder Tag, ändert sich, also jeden Tag ändert sich was für die Klienten, für mich, also nein, bin ich nicht, also, und wir tauschen uns immer aus, also wir finden immer eine Lösung, wenn irgendwie ein Problem ist, deswegen bin ich da nicht so, nö. Heike sagt, definitiv, sie ist nicht afraid, denn sie ist ein Social Worker, das ist ihr Job, jeden Tag, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen, keine Ahnung, 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 sie sagt, sie ist ein Social Worker, aber sie ist nicht afraid, das ist ihr Job.